hallo und ein herzliches willkommen zurück meine lieben freunde zum ersten giveaway für heute hier noch von mir meine lieben ihr wisst ja vor kurzer zeit auf der gamesco 2015 und haben nur dezent nur ein tag fast wir waren jeden tag auf der gamesco 2015 und haben auch ein paar sachen bekommen von den ganzen ausstellern und heute fängt das erste gewinnen die ersten sachen die ihr gewinnen könnt und das sind die betakeys die ihr kriegen könnt ihr seid heiß drauf gibt es zu sagen danke an den video dass sie uns die betakeys zuvor gestaltet haben danke danke bei uns gibt es heute sechs betakeys zu gewinnen drei für rambo 6 für den pc natürlich ha 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 habt ihr gedacht ja die könnt ihr gewinnen drei stück einer zahl und drei black ops 3 beta keys für die playstation 4 auch ganz geil naja und wir hauen jetzt nach raus und ganz einfach was ihr dafür tun müsst es einfach unsere zwei videos liken es kommt genau das video bei ihr auf dem kanal bei mir auf dem kanal das müsst ihr liken kommentieren und deshalb bei beiden videos natürlich und unterscheiden dass ihr teilnehmen möchtet und natürlich in den kommentaren schreiben was ihr wollt lieber rambo 6 siege wenn ihr pc spieler seid für pc und black ops 3 ist für die playstation 4 für die die keine playstation 4 haben bringt das natürlich nichts deswegen schreibt und nein was wir haben wollten über pc oder playstation 4 dass ihr auch gerne zocken wollt und ja die keys gelten ab dem wir machen deswegen eben jetzt die gewisse schon wegen rambo 6 startet am 24 9 mit der beta und am 7 10 wenn sie es nicht wieder verschieben startet es dann ins öffentliche also habt ihr dann wenigstens paar tage zeit es zu testen und bei black ops startet am 19 8 sprich wir starten jetzt mit den giveaways mit den keys und enden mit denen mit dem giveaway am 18 8 sprich da kommt die auflösung solltet ihr auch auf jeden fall dann auf unsere kanäle dann auch schauen denn wir werden es auf youtube höchstwahrscheinlich dann veröffentlichen wer gewonnen hat und denjenigen dann selber direkt anschreiben und den key dann zusenden ihr bekommt dieses dieses flyer zettel papier zeugs nicht sondern wir schicken euch einfach bloß die key damit ihr den auch wirklich bis zum nächsten tag habt damit ihr es auch zocken könnt deswegen schreibt euch unten rein macht mit wenn ihr bock habt auf black ops 3 oder auf rambo 6 siege macht mit kein thema einfach unterschreiben kommentieren liken und ihr seid bald dabei natürlich macht einfach mit ihr habt sicher bock auf black ops 3 das ist ja bald schon der start und rambo 6 siege auch ein gutes spiel viele kennst es vielleicht nicht aber es ist ein neues spiel auf jeden fall gut dann würde ich sagen das war es danke an ein video für die giveaways für die beta keys und die nächsten giveaways startet dann in die nächsten wochen wir haben ungefähr für sechs wochen noch giveaways jede menge bundles jede menge t shirts jede menge zeug also für die nächsten circa sieben wochen sind wir auf jeden fall mit giveaways versorgt und es kommt jede woche haben wir zumindestens vor ein neues giveaway rauszuhauen kommt natürlich immer darauf an wie es halt zeitlich hinhaut und so weiter aber ich würde dann erstmal sagen dankeschön und danke an ein video wir sehen uns bis zum nächsten mal